super dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zum nikolaustag zum sechsten türchen des modell bei onkel adventskalenders und ich kann euch versprechen der onkel hat heute was richtig dickes im sack ich habe bei der vorbereitung für dieses video also ich muss andersrum anfangen also ich gehe so vor bin so vorgang was gibt es überhaupt allgemeines interessantes im modellbau und da habe ich dann irgendwie keine ahnung geguckt was ist das größte modell was es überhaupt so gibt oder so und dann hat das sagen wir jetzt mal 75 gießäste und ja dann tust du das einfach auf das 75 stürchen und ja so ist habe ich mir das ganze dann so zusammengefrickelt und zusammensortiert und ja so eben bei tamir die zwei sterne für das zweite türchen und so weiter so habe ich das dann irgendwie für jeden tag von 1 bis 24 brauchte ich was dann habe ich mir das so zusammengesucht so natürlich gibt es keine 96 türchen zum glück weil das ganze artet ihr nämlich übelst in arbeit aus ich hatte mir das eigentlich auch anders vorgestellt ich hatte gedacht dass das teilweise ganz kurze clips werden mit zwei minuten drei minuten maximal fünf minuten ich glaube einmal habe ich es bis jetzt geschafft das ist so wenn du dich damit beschäftigt und ein bisschen weiter guckst und was ist hier und was ist da ja kommt stößt man immer wieder noch auf neue details und auf noch wieder was anderes und dann liest man in foren oder guckt sich videos an und und so kommt immer eins zum anderen und so wollte ich eigentlich heute nur ein modell vorstellen und zwar das was ich als den vermeintlich weltweit größten bausatz ja den weltweit größten bausatz der welt quasi ihr merkt ich habe wirklich kein skript also den größten bausatz der welt den vermeintlich größten bausatz der welt wollte ich hier vorstellen und das größte was ich dazu gefunden habe war ein 6 meter 30 langer und 3 meter 40 hoher eins zu eins spritzling des ersten martin dbr 1 aus 1959 wo die 24 stunden von le mans mit shelby und wie ist der andere noch salvadori gewonnen hat das ist richtig mit echten sitzen und das ist natürlich kein kein richtiger echter bausatz das ist einfach nur ein jux könnte man sagen nichts anderes das ganze ding ist versteigert worden wer danach suchen möchte findet das auktionshaus noch unter vergangenen ja geboten oder bitumen ist das noch zu finden und da sieht man dann eben auch dass wir hier von nur 31.600 euro umgerechnet schätzpreis sprechen und der gewinner bekommt nicht nur eine eins zu eins nachbildung der trophäe von den 24 stunden von le mans dazu sondern eben auch eine handsignierte kappe von salvadori und shelby persönlich also und das ding ist halt sechs meter 30 lang und deswegen bin ich auf die sechs gekommen für das sechste türchen gut vorbereitet einfach der onkel hier bei der recherche hat sich dann aber herausgestellt naja erstens mal ein richtiger bausatz ist das nicht das ist ja mehr ein gag für die die alles haben und eine ganz ziemlich dicke brieftasche haben ihr seht dass der onkel sitzt auch immer ein bisschen schief das kommt nicht von ungefähr ja schön wärs also nein spaß beiseite ich habe dann geguckt okay jetzt aber butter bei die fische großer bausatz was gibt es da jetzt ist natürlich ein einfaches danach zu gucken irgendwie was gibt es an eins zu eins bausätzen irgendwie oder irgendwas ist ja mindestens dann wahrscheinlich das größere es gibt gäbe ja auch noch ein 2 zu 1 oder irgendwas macht aber wenig sinn in den meisten fällen trotzdem habe ich geguckt dass wir uns auf ernsthafte echte bausätze konzentrieren und nicht auf solche fantasie dinge wobei so viel kann ich schon mal vorausschicken dabei ist es nicht ganz geblieben am ende wird es natürlich immer irgendwie extrem und wo man sich an den kopf fasst schauen wir mal was wird was wird mit der saturn 5 von revel im maßstab 1 zu 96 reden wir über 1 meter 14 gesamthöhe was ja durchaus schon beeindruckend ist das können wir mal durchaus so festhalten aber das ist natürlich nicht alles im weiteren zug uns allen bestens bekannt die hachette oder trumpeter titanic im maßstab 1 zu 200 der ploschi ich verlinke euch sämtliche daten alles was ich so habe und auch an quellen und so weiter und eben auch ploschis kanal verlinke ich euch unten in der video beschreibung wer das also tatsächlich noch nicht kennen sollte die titanic von trumpeter im maßstab 1 zu 200 ein plastik modellbausatz der mit schlag mich tot ich glaube es waren 19 gießäste plus etliche teile für rumpf und so weiter es teile sind damit bei und 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 daher kommt reißlich durchaus attraktiv das kann man nicht anders sagen mit ich glaube ein bisschen beleuchtung ist da sogar auch noch mit bei alles alles gut soweit und das ganze ding ist nach eben 1 meter 34 und ein paar zerquetschte lang genauso wie übrigens die titanic von hachette ich habe da mal was vorbereitet natürlich kriegen wir es nicht ganz ins bild obwohl wir hier schon weitwinklig sind wie noch irgendwas das ganze sieht natürlich noch ein bisschen wild aus das ist einfach dem geschuldet dass das natürlich noch lange nicht fertig ist und wer auch hier interesse daran hat ist natürlich herzlich eingeladen meinem kanal zu folgen wer das noch nicht getan hat und dort den weiteren baufortschritt zu verfolgen wir reden hier über die gleiche größe auch maßstab 1 zu 200 dieses modell ist dann eben aus metall kunststoff holz um hat verschiedenste motoren für ankerketten hat rauchgeneratoren damit nachher die schornsteine schön rauchen beleuchtung sound und allen pipapo dabei also das wird auf jeden fall ein highlight so viel ist auf jeden fall jetzt bis hierhin schon mal klar beim nächsten beeindruckenden modell von soa art aus der metal troops creation habe ich ein modell gefunden und zwar reden wir über das eisenbahngeschütz dora aus dem zweiten weltkrieg im maßstab 1 zu 35 das fand ich auch ja also ich glaube das ist ernsthaft auch mindestens mit mit diesen geschichten zu vergleichen hat eine länge von über zwei metern insgesamt über 3000 teile 96 gießäste plus etliche extra teile noch auch mit etz teilen und allem furzen feuerstein dabei schaut aber nach so art oder metal troops creation eisenbahngeschütz dora 1 zu 35 werdet ihr finden beeindruckend fand ich hier da ist wahnsinnig viel aus metall bei ich habe das modell nicht näher mir anschauen können aber über 25 kilo gesamtgewicht das ist schon ordentlich da weißt du auf jeden fall bescheid da würde ich vielleicht dann doch mal noch einen haken mehr an der wand machen wenn damit ich das vernünftige regal oder vitrine gestellt kriege bei über zwei metern die wie ich auch noch mal was und wer weißt du wurde danach erlandes das ist wahnsinn wahnsinnig ist auch die replika der red arrows kunstflugstaffel der hawk xxl von tomahawk evasion da reden wir über ja ich möchte fast sagen echtes flugzeug ich habe keinen das ist ja der pure wahnsinn das teil auch hier sehen wir das unglaubliche details und laut hersteller einzigartig weltweit hier passt wirklich jede niete jeder blechstoß die wartungsklappen sind dem original nachempfunden und der rumpf selber ist aus gfk das ganze ding hier hat den maßstab 1 zu 2,5 ist 4 meter 90 lang hat eine spannweite von 3 meter 80 und wiegt etwa je nachdem 80 kilo flugfertig ich weiß es nicht wie sowas aussieht wenn ihr da was wisst lasst es mich gerne wissen braucht man für sowas ein führerschein oder irgendwie sowas also mit meiner kleinen pille man drohne die unter 500 gramm wiegt da muss ich ja schon ein fernpiloten zeugnis ablegen und sonnenteil mit 80 kilo dagegen ist jede drohne gittergarn dennoch sollte man davon ausgehen können dass wer sich ein solches flugzeug kauft ja dass er weiß was er tut und einigermaßen grips in der birne hat denn wir reden hier aktuell im angebot auch den link packe ich euch unten die video beschreibung ist es keine kooperation und ich kriegte auch nichts für aktuell im angebot für 14.400 euro also wer noch bock hat vor weihnachten ein schnäppchen zu machen reingehauen das mit abstand verrückteste habe ich aber auf youtube tatsächlich gefunden auch das video findet ihr unten in der video beschreibung james may bei dem ein oder anderen klingelt sofort james may aus top gear bekannt die jungs sind ja vollkommen verrückt und durchgeknallt und ja der james sowieso werden diese ganzen challenges von top gear kennt oder so der weiß oha da kann nichts gutes warum kommt so auch hier hat er seinen namen wieder alle ehre gemacht und ist losgegangen er selber sagt in diesem video von sich er hätte früher auch modellbau tatsächlich gemacht und steht total auf die spitfire das flugzeug aus dem zweiten weltkrieg und davon hat er wohl unzählige gebaut und hat jetzt versucht schüler in england auch dafür zu begeistern ist in eine schule gegangen und hat den jungs und mädels da versucht den modellbau ein bisschen näher zu bringen anfangs mit reichlich skepsis ja bedacht so ja und ja so hat sich aber dann nach und nach doch tatsächlich sagen wir mal eine gewisse zuneigung entwickelt zu dem thema modellbau so dass er die leute da wirklich oder die jungs und mädels da wirklich für begeistern konnte und er sie langsam denn das hatte er schon lange im hinterkopf die einen airfix modellbausatz von der spitfire in eins zu eins zu bauen da ist er in die fabrik gefahren zu airfix und hat den jungs lage oder dem chef da gesagt hör mal kannst du mir so ein ding in eins zu eins bauen hat ihn ausgelacht natürlich nicht und er ist dann zu einer anderen firma gegangen die flugzeuge baut und die haben ihm das tatsächlich möglich gemacht und so konnte er dann am ende die schüler mit oder mit den schülern zusammen ein eins zu eins spitfire modell bauen und das dann auch offiziell auf einem hangar und so weiter vorstellen mit kriegs veteranen die sich das dann anschauen konnten und 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 ich kann euch so viel sagen wer sich das angucken möchte das ist nur auf englisch aber ihr könnt natürlich auch den untertitel einschalten wem das nicht reicht cooles video schaut euch auf jeden fall an die spitfire ist auf jeden fall maßstab eins zu eins also sprich knapp 9 meter 50 lang über elf meter spannweite und über drei meter hoch und das ist wirklich schon gut aber auch das wie gesagt ist kein richtiger bausatz in einem eigentlichen sinne aber der durfte hier einfach nicht drin fehlen meiner meinung nach witzig fand ich auch noch das interview nachher wie eine mutter dann sagte ja also seit mein sohn hier diesen diesen quatsch quasi mitgemacht hat ist unser ganzes haus voll mit spitfire modellen also es hat funktioniert und ja ich fand das eine coole nummer und vor allem einen interessanten ausflug in die welt der großmodelle so möchte ich einfach mal sagen und ja was habt ihr für modelle im maßstab eins zu eins oder gibt es was was ihr gerne in richtig groß hättet sagen wir mal ein stern zerstörer in 1 zu 24 das hätte auch mal stil so lassen wir den quatsch sondern beschließen dieses wieder schon wieder viel zu lang gewordene video mit den geneigten worten schaltet auch morgen gerne wieder ein wenn wir das siebte türchen des modellbau onkel adventskalenders öffnen und bis dahin bleibt gesund und immer daran denken der modellbau onkel immer besser als fernsehen